Der EU-Gipfel in Brüssel wird uns den ganzen Abend beschäftigen und so wie es von dort was Neues gibt, werden Sie es erfahren. Es ist auf jeden Fall unser erstes Thema um 23 Uhr. Aber wir berichten natürlich auch über Stress in den Parteien. Zum Beispiel in der SPD. Andrea Nahles will sich vorgezogenen Fraktionswahlen stellen. Und wir berichten über Stress in der CDU. AKK hat kräftig Kritik geerntet für Ihre Kritik an YouTube. Das und mehr um 23 Uhr in der Sendung der Tag. Bis dahin.